Einen schönen guten Tag wünsche ich. Also heute ist bei mir absolut gar nichts passiert. Ich bin jetzt in der Zeit nur zuhause geblieben, lag im Bett und habe Videos geguckt und sonst so ein bisschen. Und sonst ist, wie gesagt, nicht so viel passiert. Ich werde jetzt noch was essen gehen. Vielleicht finde ich noch ein paar coole Orte, die ich aufnehmen kann. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bye! Bis zum nächsten Mal. Also ich war, wie gesagt, jetzt noch was essen. Und war beim Supermarkt. Und sonst ist, wie gesagt, heute nicht mehr viel passiert. Tut mir leid für die wenigen Ausschnitte. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye, bye! Bis zum nächsten Mal.